Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich meine, ja, Abendroutine für dich und das möchte ich tatsächlich so authentisch wie möglich gestalten. Deswegen steht ihr hier mit mir in meinem Badezimmer mit meiner Vlog-Kamera, leider ohne Mikro, aber ich hoffe, das kriegen wir hin. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, es ist so, dass ich abends ein paar Schritte mache, wenn ich hier im Badezimmer bin und das Ganze fängt tatsächlich an mit gegebenenfalls einer Haarkur machen. Und genau das habe ich heute vor und ihr filmt gerade auch sehr, sehr merkwürdig in den Spiegelschrank rein. Deswegen seht ihr das wahrscheinlich auch ein bisschen merkwürdig, aber hey, ich hoffe, das funktioniert. Mal gucken. Genau, ich habe jetzt hier, das ist mein Spiegelschrank, ihr könnt mal ein bisschen reinlinsen. Das ist jetzt eher so, was ihr gerade seht, das, was ich morgens so verwende. Aber das, was ich jetzt heute Abend verwenden möchte, dafür brauche ich tatsächlich zwei verschiedene Produkte. Ist einmal hier so ein Hanfspray für die Haare und eine Spange, um meine Haare zu befestigen. Ja, das werde ich mir jetzt mal eben kurz reinmachen. Natürlich lege ich auch so vorher mal meinen Schmuck ab. Das macht sonst keinen Sinn. Den lege ich einfach oben immer in das Fach rein. Und dann habe ich hier auch von meiner Lillibox mal in der Lillibox gehabt. Ja, äh, fantastisch. Das ist so ein Schmuck-Ding. Ja, da kann man Schmuck dran machen. Das ist einfach so ein, ja, Zylinder oder so. So, bevor ich mir die Haare in die Haarmaske gebe, muss ich sie natürlich durchkämmen. Ansonsten kriege ich die nachher unter Dusche nicht auseinander. Ich massiere mir das auch richtig in die Kopfhaut rein, weil das sehr, 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 sehr pflegend ist. Und, ähm, ich das gerade wirklich brauche. Ich habe sehr trockene, sehr schuppige Kopfhaut aktuell. Und, ähm, ja, da gönne ich ihr mal, ne? So, dann nehme ich mir die ganzen Kladderadatsch. Drehe mir das einfach ein, damit mir das gleich nicht im Weg ist. Und dann kommt die Spange drum. Zack. Es ist wunderschön, oder? Ach. Ich feiere das. Das habe ich jetzt auch gebraucht. Kommt dann in mein Aufgebraucht-Video, was ich morgen abdrehen werde. So, der nächste Schritt, den ich mache, ist erstmal ein Ärmel hochkrempeln. Und, ähm, da ich mich ja heute geschminkt habe, das ist ja meistens der Fall, dass ich mich geschminkt habe, morgens, abends, irgendwann, über Tag, ähm, sind jetzt erstmal meine Pinsel zu reinigen. Und dann habe ich hier so eine Pinsel Waschvieh von LIA, weil ein Pinsel-Set mit drin. Das, äh, klebe ich mir quasi einfach in mein Waschbecken und dann werden Pinsel gewaschen. Und so sind alle Pinsel wieder sauber. Die liegen jetzt hier bei mir an der Seite und dürfen trocknen. Auch der Foundation-Pinsel, ne? Das ist, das ist so ein kleiner Hack von mir, den ich mal kurz weitergeben möchte. Wenn man so eine Seifenschale hat, die so Riffel mit drin hat, lässt er sich viel, viel schöner reinigen, als wenn man das so nur mit diesem Pinsel-Waschpad macht oder mit der Hand ausdrückt oder so. Damit geht es viel, viel leichter, muss ich wirklich sagen. Das ist, ähm, ja, für mich auch ein Segen. Das Einzige, was ich nie so hundertprozentig hinkriege, sind diese Beauty-Schwämmchen. Ähm, ich finde das immer ein bisschen schwierig. Ich habe noch kein hundertprozentig geeignetes Produkt gefunden. Deswegen packe ich die immer, nachdem ich die jetzt hier ganz normal in der Hand gereinigt habe, nochmal in die Waschmaschine. Dafür habe ich hier an der Seite auch so ein bisschen Beutelchen hängen. Da sammle ich immer meine wiedergewinnbaren Wattepads, genauso wie auch meine Beauty-Schwämmchen drin. Und, ähm, wenn ich irgendwann das Gefühl habe, dass das Säckchen voll genug ist, kommt es in die Wäsche. Jo, so ist quasi meine, mein Ablauf hier. Ähm, ja, und während jetzt dieses Ölgedöns noch weiter einweicht, muss ich mich natürlich abschminken. Normalerweise würde ich das, wie stehe ich hier eigentlich, normalerweise würde ich das tatsächlich unter der Dusche machen. Ähm, bis auf den, ähm, Ölpart, sage ich jetzt mal, oder den Baumpart. Ähm, den mache ich jetzt aber hier mit euch, weil ich nehme euch nicht mit unter die Dusche. Nein, das ist, äh, nein. Ich musste gerade das Ding aus der Dusche holen, weil natürlich habe ich meinen Bubble-Glenzer unter der Dusche stehen. Ähm, ich mache Double-Cleansing. Das heißt, ich mache erst den, äh, groben, das grobe Gedöns von meinem Gesicht runter und dafür verbände ich aktuell von Jepoda The Calm Balm. Das ist ein ganz, ganz tolles Produkt. Das kann ich auch nochmal ganz nah vor die Kamera halten. Ähm, das ist ein Träumchen, oder? Ähm, genau. Also den habe ich jetzt auch schon wirklich in reger Anwendung. Habe da schon einiges von leer bekommen. Und, ähm, ich verwende den tatsächlich auch super, super gerne. Das ist ein schönes Produkt, muss ich wirklich sagen. Ist angenehm zu meinem Gesicht. Nimmt auch richtig schön und zuverlässig das Make-up runter. Und, ähm, hinterlässt aber jetzt nicht irgendwie so einen Ölfilm oder so auf meinen Augen. Und, ähm, ja, da ich mich heute relativ stark geschminkt habe, nehme ich mir auch eine recht große Menge. Also das ist viel. Normalerweise reicht jetzt irgendwie nur so ein, äh, so eine erbsengroße Menge oder sowas, wenn ich mich jetzt nur über Tag geschminkt hätte. Ähm, also wenn ich mich jetzt nicht Frühface geschminkt hätte, sondern nur irgendwie Mascara oder so. Dieser Spatel ist da übrigens auch mit bei. Den finde ich sehr, sehr schön und auch praktisch. Und, ähm, dann nehme ich mir zuallererst das Produkt und wärme das so ein bisschen in meinen Fingern auf. Das wird dann auch ein bisschen, ähm, cremiger. Und dann mache ich das meistens so, dass ich anfange mit meinen Augen und mich dann durch das ganze Gesicht arbeite. Das heißt, erst mal vorsichtig über die Augen gehen, damit die Mascara sich auch lösen kann. Und dann gehe ich weiter über die Augenbrauen, weil da habe ich ja auch meistens ein Augenbrauen-Gel oder sowas drin. Ich meine, Leute, der 24-Hours-Brow-Setter, der hält mega. Und den kriegt man dementsprechend nicht so easy-peasy gelöst. Und ich rubbel nicht so wirklich an meinen Augen. Ich mache das so in kreisenden Bewegungen, dass ich quasi von oben nach unten die Mascara runternehme. Das ist halt auch wimpernschonender. Von der Wurzel bis zur Spitze. Ich hoffe, dass ich hier auch einigermaßen im Fokus bin. Das kann ich jetzt bei der Kamera natürlich nicht so unbedingt sehen. Weil die kein Hochklappfenster hat, ne? Das sehe ich halt einfach nicht. Ich kann nur darauf vertrauen, dass es funktioniert. Eine Sache habe ich vergessen. Boah, ich sehe jetzt ja richtig scharf aus. Aber ihr seht, es hat sich schon recht gut gelöst, ne? Und das halt wirklich nur mit dem Produkt. Ja, normalerweise wäre ich jetzt so unter die Dusche gegangen und würde nicht noch weiter irgendwie ein Pad oder sowas verwenden. Das würde auch sich so von alleine lösen. Ich würde zwischenzeitlich also vorher kurz nochmal ein bisschen Wasser auf die Finger nehmen und das einigen nur gieren und dann wirklich komplett das Ganze nochmal runternehmen. Da ich das jetzt hier aber vom Spiegel mache, bräuchte ich natürlich jetzt etwas, um das runterzunehmen. Das heißt, ich nehme dafür einen Helfer, der in meiner Schublade hier unten ist. Auch das gab es bei dem Jepoda-Set mit dabei. Das ist einfach so ein Tuch, was sich leider etwas verfärbt hat, weil ich auch damit die Maske runtergenommen habe. Läuft. Ich nehme das dann so zur Seite. Und dann habe ich ja schon so ein bisschen feuchte Finger und damit gehe ich nochmal über mein Gesicht, um das Produkt nochmal so ein bisschen einzuemulgieren. Aber das tropft jetzt natürlich ja meine Hände runter. Ihr seht, ich kann auch einfach mitten im Abschminkenprozess die Augen öffnen. Da brennt nichts in den Augen. Das Einzige, was jetzt in den Augen brennen könnte, wäre die Mascara. Wenn da irgendwelche reizenden Sachen drin sind, das ist dann tatsächlich die Mascara der Grund des Ganzen. Hier haben wir jetzt zwei verschiedene Seiten. Das ist einmal so eine recht feine Seite, die Musselintuchseite, glaube ich. Und das hier ist die etwas gröbere Seite. Ich nehme jetzt mal eine schöne, unsaubere, grobe Seite und lege mir die auf mein Gesicht. Naja, passt nicht ganz. Mein Gesicht ist ganz schön groß. Dann lasse ich kurz das Ganze so anziehen und dann nehme ich das Ganze runter. Immer vorsichtig bei den Augen, denn gerade meine Augenpartie ist super empfindlich. Und mit diesem Abschminkbalsam hast du dann dein Make-up in dem Sinne grob runtergenommen. Das Tuch wasche ich eben aus. Ich habe natürlich einen Code bei Jeppona. Den habe ich euch auch eben eingeblendet. Den kann man verwenden, wenn man sich dort die Produkte mal anschauen möchte. Ich kann sie auf jeden Fall empfehlen, weil sie sehr, sehr angenehm für meine Haut sind. Ich bin ein empfindliches Häutchen und deswegen, ne, mir tun die Produkte gut. Und jetzt verwende ich The Bubble Double mit Salicylsäure, Granatapfel und das ist ein Reinigungsschaum, der so ausschaut. Und ihr seht, ich habe den schon ganz gut verwendet und, ähm, ja, ich mag den auch tatsächlich gerne. Geht mir dann, hm, ja komm, wir nehmen heute mal zwei Pumper. Den verwende ich morgens und abends. Kommt in einer Glasflasche und, äh, ja, den gebe ich mir einfach so auf mein Gesicht. Und der reinigt halt auch wirklich jetzt die Poren. Der reinigt jetzt noch intensiver, ne? Das ist halt diese Double Cleansing-Geschichte. Der nimmt den Leistungsschützen fest runter. Das geht in den Fusche deutlich schneller, weil man nicht aufpassen muss mit offenen Augen und so weiter. Ach, ich gehe da jetzt auch einfach so drüber. Nimm ich mein Tuch, rieche meine Finger ein bisschen sauber und nehme mir das Rundtauch. Gleich werde ich natürlich unter der Dusche nochmal mein Gesicht mit Wein, äh, mit Wein. Genau, ich nehme Wein zur Reinigung meines Gesichts. Man gönnt sich ja sonst nichts. Nein, mit, äh, normalem Wasser reinigen. Ähm, weil das kommt ja aus der Dusche raus, ne? Sonst würde ich jetzt mit dem Kopf mich hier drüber hängen, über mein Waschbecken und nochmal mir Wasser ins Gesicht geben. Das mache ich morgens tatsächlich so. Da muss ich nicht drauf achten, dass ich in der Kamera zu sehen bin. Obwohl ich morgen tatsächlich auf meine Morgenroutine abdrehen werde. Da werdet ihr das Ganze dann auch nochmal aus so einer Perspektive sehen. Oder ihr habt es schon gesehen, ich weiß gar nicht, welches Video ich eher online stellen werde. Da kommt noch gut was runter. Also ich merke das auch natürlich an meinen Wimpern, an der Mascara, ne? Aber das ist klar, dass man das jetzt nicht mit dem Balm einfach nur so runternehmen kann. Herrlich! Also es ist immer schön, wenn ich mich schminke. Es tut mir auch gut und es macht mir auch wirklich Freude. Aber wenn ich mich am Abend abschminke, wisst ihr, ich habe dann die Maske getragen. Ich habe das zwölf Stunden und länger dann drauf. Und dann nenne ich das auch tatsächlich Rotzelpampe, weil ihr wisst nicht, was da alles mit drin hängt. Wenn Sammy mir im Gesicht rumgeschnuppert hat oder meine eigene Rotzelpampe. Durch die Maske ist es selbstverständlich. Und ja, das ist tatsächlich dann ein schönes Gefühl, wenn man einfach mal abends durch sein Gesicht waschen kann. Da kommt echt einiges immer aus diesem Tuch raus. Und ich denke mir mal, woher? Woher? Woher habe ich mir das echt alles aufgepinselt? Wahnsinn! Ja gut, so ist das nun mal. Genau, das Tuch hänge ich mir zum Trocknen auf und wenn es trocken ist, kommt es direkt in die Wäsche. Dann tupfe ich mein Gesicht einmal kurz trocken. Das mache ich mit einem Handtuch, was ich relativ häufig wechsle, also alle paar Tage. Das ist extra mein Gesichtshandtuch. Also ich habe ein Handtuch für meine Hände und eins für mein Gesicht. Dann werde ich jetzt mal unter die Dusche hüpfen, aber ich kann euch auch einfach mal zeigen, welche Produkte ich gleich unter der Dusche verwenden werde und wie es so unter meiner Dusche überhaupt aussieht. Ich muss die Kamera jetzt ein bisschen merkwürdig halten, weil das nicht anders funktioniert. Ja, so sieht mein Duschfach aus. Da habe ich mein aktuelles Duschgel, dann von PMD meine Reinigungsbürste, Fructis von Marie, habe ich mir hier drauf geschrieben, habe ich die Spülung und der Shampoo bekommen. Das ist meine Intim-Waschlotion von Jesser. Dann von Ahuhu habe ich hier eine Haarkur, die benutze ich immer dienstags und freitags. Und hier von Jeppoda habe ich nochmal hingestellt. Das ist ja einfach für morgens und abends mein Double Bubble. Dann hier ist mein Duschpeeling, mein aktuelles drin. Das ist von The Body Shop, das Coconut Peeling. Ich muss sagen, ich mag ja eigentlich nicht so gerne Kokosnuss auf meinem Körper. Der Fokus lässt auch zu wünschen übrig hier. Aber das geht tatsächlich vollkommen klar. Fühlt sich vor allem auch richtig gut an. Und hier habe ich ebenfalls von Marie, von Bellavia, so ein Gesichtspeeling. Das benutze ich auch dienstags und freitags. Immer wenn ich einen Lippenstift getragen habe, so wie heute, verbinde ich von Manacadar das Lippenpeeling. Einfach um die abgestorbenen Geschichten vom Gesicht, von dem Mund runterzunehmen. Für dienstags und freitags habe ich auch dieses Shampoo in Anwendung. Da verwende ich ja immer ein anderes und das ist mein aktuelles. Und hier ist mein wundervoller Helfer, mein Duschradio, was ich über alles liebe. Denn meistens, oh die Dusche tropft, ich muss aufpassen, dass ihr nicht nass werdet. Meistens stehe ich dann ja hier in der Dusche und gucke dann quasi, ihr seid jetzt ja auch auf meiner Augenhöhe da vorne hin. Und da wo dieser hellblaue, wo ist mein Finger? Da vorne steht dann meistens mein Handy und dann kann ich von hier aus gucken und gleichzeitig auch hören, weil ich ja den Lautsprecher hinter mir habe. Das ist total super. Und genau das werde ich jetzt hier machen, duschen. Jetzt bin ich mittlerweile auch ganz schön müde, wenn ich ehrlich sein darf. Ich bin jetzt frisch geduscht, ich habe mich eingecremt und meine Haare habe ich auch schon geföhnt, denn in den Wintermonaten fühle ich mir auch die Haare tatsächlich. Ich fühle sie nicht komplett trocken, also ein bisschen feucht ist der Bommel hier immer noch. Genau, aber es ist trotzdem dann zu kalt auf dem Kopf und wenn ich dann nachher schlafen gehe, dann möchte ich es immer muckelig warm haben. Genau, so. Wenn ich jetzt Bock gehabt hätte, hätte ich mir auch noch während des Eincremes eine Maske drauf machen können oder irgendein Rampampam. es ist wie spät? Es ist fünf vor zwölf, okay, aber es ist Samstagabend, das ist vollkommen in Ordnung. Ja, jetzt kommen die letzten Schritte von Jepo, da habe ich The Mist Have Hyaluronic Acid Lavender Face Mist, das ist dieses wunderschöne Schätzlein, das ist ein Gesichtsspray, was ich auch als Toner verwende und ich finde es so angenehm, weil das erfrischt und das pflegt halt auch. Also wenn ich das drauf mache, nimmt meine Haut das schön auf und ich habe so einen sehr, sehr angenehm pflegenden Film, also nicht Film, das ist immer so negativ, aber ich habe das pflegende Gefühl halt irgendwie. So, das gebe ich mir morgens und abends tatsächlich nach der Reinigung direkt auf und dann massiere ich das oder streiche das so mit den Händen ein. Übrigens, den Reinigungsschauen, das ist mir eben unter der Dusche in einem kreativen Moment eingefallen, die Dusche und ich, wissend so. Also wenn ich unter der Dusche bin, da habe ich die besten Geistesblitze. Nein, mir ist da eben eingefallen, als ich mein Reinigungstool gesehen habe, dass ich ja normalerweise das abends unter der Dusche verwende, das eben jetzt aber vor der Kamera nicht gemacht habe. Ich glaube, ihr verzeiht mir das, denn wie schon gesagt, es ist relativ spät. Genau, und ja, das ist jetzt auch schon recht gut eingezogen. Die Haut ist halt noch ein bisschen feucht und das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Jetzt habe ich vergessen, mein Serum hier mit rauszunehmen. Gehe ich nochmal in den Spiegelschrank. Da habe ich von Dalton das See Skin Essential Activator Serum. Das war in der, in dem Dalton Adventskalender drin. Das sieht riesig hier aus, ne? Es sind aber 30 oder 50 Milliliter drin. Ja, 30 Milliliter. Das ist eine ganz normale Größe und davon gebe ich mir einfach zwei Pumper auf meine Finger. Gebe das noch kurz zwischen meine Finger. Hat eine schöne Geschichte, eine schöne Konsistenz. Ihr denkt, das ist spät. Und das arbeite ich mir jetzt einfach in mein Gesicht ein. Die Augenpartie spare ich aus, weil da kommt ja gleich noch die Augencreme drauf. Ich gebe das auch gerne so den Hals noch ein bisschen mit runter, weil auch da brauche ich Feuchtigkeit, denn Feuchtigkeit pflegt. Und ja, dann gehe ich jetzt weiter und nehme die Augencreme. Da habe ich in der Luxurybox, die hier drin, da habe ich die Beauty Health Pflegecreme für die Augenpartie und das ist dieses Ufo. Sieht ganz nice aus, muss ich sagen. Von der Pflegewirkung her ist das okay. Das hat so eine, ja, sieht aus wie eine Creme. So eine glatte Oberfläche. Davon gebe ich mir einfach ein bisschen was unter meine Augen. Und dann beteil ich das einfach parallel unter meinen Augen und auch ein wenig auf meinen Augen drauf. Jetzt kommt die Creme drüber, die Pflegecreme. Da habe ich in Anwendung die Charlotte's Magic Cream. Die hatte ich in irgendwie ihrer Schatzkiste, glaube ich, drin. Und ja, die habe ich auch schon ganz gut aufgebraucht. Mag ich ganz gerne. Ist recht pflegend. Würde ich mir aber wahrscheinlich eher nicht nachkaufen, weil die doch recht hochwertig, äh, hochpreisig ist. Hochwertig sicherlich auch. Also, das muss man ihr wirklich lassen. Die fühlt sich gut auf der Haut an. Die macht ein tolles Hautgefühl. Fühlt sich auch sehr reichhaltig an. Aber da würde ich tatsächlich mir eher die von Beauty Mates nachkaufen, die einen sehr, sehr ähnlichen Effekt hat. Ich habe die nämlich bewusst jetzt als Abendpflege gewählt, weil ich morgens ja die von Beauty Mates verwende. Und einfach um einen direkten Vergleich zu haben und das dann täglich im Prinzip für mich vergleichen zu können, ja, äh, habe ich mir das so organisiert. Zack. Als nächstes sind die Lippen dran. Da verwende ich, äh, hupsala, irgendeine Lippenpflege, die mir immer so in die Hände fällt und die brauche ich dann auf. Das hier ist eine, die habe ich von der Lieben Margrit geschenkt gekriegt. Dreamy Winter Vanilla Lip Balm. Da hat sich ein süßer Fuchs drauf, ne? Ist schon hübsch, mag ich gerne leiden. Und das ist recht unpraktisch in der Anwendung. Das schiebt man halt hoch und dann hat man hier das, ähm, Produkt drin. Ich habe ein Hintepan. Verwende ich aber auch jeden Abend einfach drüber. Und das ist einfach nochmal so, ne? Jede Partie der Haut wird entsprechend gepflegt. Ähm, und als Abschluss mache ich meine, äh, Wimpern- und Augenbrauenserie Geschichte drauf. Da habe ich von Grande Brow, das Brow Enhancing Serum. Das ist ein krasses Teil. Also das ist wirklich auch nicht ohne. Das ist nicht günstig, aber es macht schon was bei mir. Ähm, ja. Ich bin sehr gespannt, wie das aussehen wird nach der Anwendung von, ich glaube, vier Monate oder drei Monate. Das eine von den beiden macht man nämlich drei Monate und das andere verwendet man vier Monate. Ich habe mir dafür in meinem Handy auch eine Erinnerung gesetzt, dass ich dann direkt weiß, äh, wann quasi das Produkt aufgebraucht sein dürfte. Ne? Also, dass ich da einfach gucke. Aber so nach drei bis vier Wochen sieht man auch schon einen kleinen Effekt. So, und dann habe ich hier das Grande Lash MD. Übrigens auch auf Purish gibt es einen Rabatt-Code Claudis Welt 15, ne? Ja. Da steckt man sponsert, aber ich habe ja halt die Produkte in Anwendung, weil, ne? Ich habe halt nicht nur, dass ich das in PR zugeschickt bekomme, sondern ich verwende die Produkte halt auch. Und sowas kann ich euch natürlich dann in der Abendroutine und Morgenroutine einfach mal so zeigen, dass ihr dann auch seht, wie die Produkte in Anwendung sind, weil bis ich die auch gebraucht habe, dauert das ja immer ein Weilchen. Bei Schminkprodukten kann ich euch das immer recht schnell zeigen, ne? Dann sieht man halt auch immer einen direkten Effekt. Das hast du bei Pflege halt nicht so unbedingt. Ja. Dann habe ich das Serum jetzt auch aufgetragen und dann bin ich fertig mit meiner Abendroutine. Ne? Ja. Also die Abendroutine an sich mit der Pflege und so weiter, das geht bei mir recht schnell. Das, was halt ein bisschen aufwendiger ist, ist natürlich Körper und Abschminken und so weiter. Aber mir macht das immer wieder Spaß. Jeden Abend nehme ich da einfach meine Zeit für mich. Normalerweise ist es dann halt insgesamt eine Stunde, die ich hier im Bad verbringe. Aber, ähm, ja. Heute war es jetzt zwei oder zweieinhalb Stunden, weil ich halt auch dabei filme. Da muss ich immer gucken, dass die Kamera auch richtig steht und so weiter. Ja. Ne? Freaky gedönsend hier. Genau. Ihr Lieben, das war es jetzt von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Ist es überhaupt richtig rum jetzt? Das weiß ich gar nicht. Aber ich verlinke dir hier oben einfach mal meine Claudi testet alles Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!